31.07.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wie ihr schon im Titel erkennen könnt, ist heute ein sehr, sehr interessanter und sehr, sehr wichtiger Tag für Bitcoin. Das vor allem bedingt durch zwei Gründe, auf die wir in diesem Video ein wenig näher eingehen werden. Dazu werden wir uns auch wieder den Chart genauer ansehen. Wir hatten ja gestern diesen kleinen Breakout aus der Range noch gesehen, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Es ist jetzt gerade wieder ziemlich ruhig geworden, die letzten Stunden. Wie ich schon öfter erwähnt habe, ist die meiste Volatilität derzeit im Bereich 5 bis 24 Uhr UTC. Das heißt, zwei Stunden verschoben für die meisten Zuschauer, die wahrscheinlich bei mir zuschauen werden im deutschsprachigen Bereich. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Im Hintergrund seht ihr noch meinen Twitter-Account. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen und ihr könnt auch gerne in unsere Telegram-Gruppe kommen. Den Link findet ihr in der Beschreibung, in den Kommentaren und wir starten jetzt mit dem eigentlichen Video. Und wie bereits im Intro erwähnt, ist heute der 31.07.2019. Das heißt, wir haben heute Abend die FOMC-Pressekonferenz, auf der die US-amerikanische Nationalbank, Zentralbank bekannt geben wird, wie stark der Leitzins gesenkt wird. Der Markt preist bereits zu 100% einen Rate-Cut ein. Das heißt, wir sehen mindestens einen Rate-Cut von 25 Basispunkten. Und das Interessante für euch und für mich ist, dass es der erste US-amerikanische Rate-Cut ist in der Geschichte von Bitcoin. Es ist ein sehr beachtlicher Tag und es ist auch für mich ein sehr beachtliches Ereignis, über das ziemlich wenig gesprochen wird heute im Crypto-Space. Ich habe es bei ein paar Leuten gesehen, aber ich fiebe da jetzt eigentlich schon länger darauf hin. Auch in Bezug auf die anderen Märkte, aber auch für Krypto ist es einfach wieder ein sehr interessanter Tag, gerade auch in Bezug auf diese abstruse Monetärpolitik, diese abstrusen monetärpolitischen Umstände, die wir generell in Europa genießen. Und jetzt gezwungenermaßen auch in Amerika, da Amerika nachziehen muss mit der EZB, gewollt oder nicht gewollt, Trump will einen schwächeren Dollar, die US-amerikaner müssen liefern, obwohl es eigentlich keinen Sinn gibt für einen Rate-Cut. Aber ich will da jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen, da das jetzt weit abseits vom Krypto-Bereich gehen wird. Was hat das Ganze jetzt für uns zu bedeuten, für uns Krypto-Trader, für uns Krypto-Spekulatoren, für uns Krypto-Enthusiasten? In erster Linie ist es natürlich so, die Lage ist natürlich so, dass die Asset-Klassen, die keine Yield zahlen, also Yield auf Deutsch gesagt Zins, die Asset-Klassen, die keinen Zins zahlen, profitieren von Zinssenkungen der Fed. Die simple Begründung dahinter ist einfach, dass die Risk-Free Rate weniger attraktiv wird. Das heißt, für Investoren ist es nicht mehr so interessant, in US-amerikanische Staatsanleihen zu investieren. Und es macht wieder mehr Sinn, zum Beispiel auch in Asset-Klassen wie Gold zu gehen oder Bitcoin. Und das ist auch so der Driver hinter der Gold-Rallye. Momentan ist das der Gold-Rallye, die wir seit dem letzten Jahr sehen. Ihr seht am Chart jetzt im Hintergrund die Zinssteigerungen, also die Termine, an denen die US-amerikanische Notenbank, Zentralbank, den Zinssatz letztes Jahr angehoben hat. Und während dieser Zeit hat Gold enorm bluten, angefangen, da eben Gold weniger interessant wurde, Staatsanleihen mehr interessant wurden. Und auch der Bitcoin hat in dieser Zeit geblutet, hat von einem starken Dollar nicht profitieren können. Je höher der amkanische Leitzinssatz, desto höher der US-Dollar. Und dementsprechend auch am 19. Dezember, als die Federal Reserve angekündigt hat, dass es keine weiteren Zinssteigerungen geben wird, haben wir den Bohnen im Kryptomarkt gesehen und haben auch die Rallye im Goldmarkt gesehen. Und ihr wisst natürlich immer Korrelation und Kausalität, aber es besteht schon ein gewisser Anhaltspunkt oder gewisse Anhaltspunkte, dass hinter diesen Entscheidungen oder hinter diesen zwei Rallyes eine gewisse Korrelation herrscht. Und dementsprechend wird es heute auch interessant, wie stark die Amis senken werden. Wären es 50 Basispunkte, wären es 25 Basispunkte. Ich wollte mein Video damit starten, da gerade diese makroökonomischen Faktoren, diese monetärpolitischen Entscheidungen, meiner Meinung nach so der Driver Nummer 1 sind für Bitcoin und der Driver Nummer 1 sein wird für Bitcoin die nächsten Jahre. Gerade die Monetärpolitik, die wir momentan sehen, vor allem in Europa, wo wir mittlerweile schon irgendwie am Zero-Low-Abbau angekommen sind, stimmt mich bedenklich für Fiat-Währungen in der Zukunft. Das heißt jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, dass wir innerhalb von drei Jahren einen Total-Crash haben, aber ich werde immer überzeugter davon, Bitcoin zu halten, wenn man sieht, wie tief sich die Zentralbanken mit diesem Quantitative Easing mittlerweile gegenseitig unterbieten. Die Amis haben jetzt den Druck, aufgrund der EZB den Zinssatz auch zu senken, obwohl die Wirtschaft diesen Rate-Cut effektiv eigentlich nicht braucht, wenn wir ehrlich sind. Aber durch das, dass die EZB mittlerweile schon so tief ist und der Euro schon mittlerweile so schwach ist, sind die Amis natürlich darauf bedacht, den Dollar ein wenig zu schwächen, beziehungsweise Trump vor allem, um die heimischen Exporte zu stärken, um die Handelsbilanz zu stärken, um für bessere Zahlen am Aktienmarkt zu sorgen. Ja, das ist einmal so der Grundexkurs. Wichtiger Tag heute, ich wollte damit beginnen und jetzt gehen wir wieder zum Bitcoin-Chart. Und wir sind jetzt hier am XPT-USD-Chart wieder mal. Die Range, von der wir gestern gesprochen haben, ist jetzt nach oben gebrochen, sind genau auf dieses 9.900er-Level gekommen, kommentieren jetzt hier ganz kurz einen Trade nach. Ist jetzt wirklich nicht viel dazu zu sagen, da es ja ziemlicher YOLO-Long war, was ich jetzt nicht per sie so empfehlen würde, aber ich habe das Setup trotzdem genommen. Und wir kommentieren das Ganze kurz nach. Ich halte auch hier meinen BitMEX-Account aktuell, damit ihr auch wieder hier die Transparenz genießt. Das war einfach ein kleiner Scalp für 0,0368 Bitcoin Profit. Die Trade-History sieht wie folgt aus. Also eher eine kleine Position für mich, 25.000 Kontrakte. Einstieg, 9.497, glaube ich, war ein anderer Trade. Das war, glaube ich, der Short, den ich geschlossen habe, am 29. genau. Genau, 30.9590 Entry, Exit 9.732. Wie ist das Ganze abgelaufen? Folgt. Ich habe gestern von dieser Range gesprochen und ich habe im Video auch gesagt, ich werde keinen Trade nehmen. Aber als ich das Video beendet habe, war ich dann doch dazu geneigt, eben einen kleinen Long zu eröffnen mit einem Stop genau unter diesem Low. Warum? Wir haben, wie gesagt, diesen Bereich etabliert gehabt. Ich mache das Ganze jetzt hier kurz ein mit dieser grünen Box. Das heißt, wir haben hier ganz klar ein SR-Level. Wir gehen hier drüber. Wir haben hier Resistance. Wir gehen hier drunter. Wir haben hier Resistance. Wir brechen darüber. Der Markt haltet hier drüber, konsolidiert hier drüber. Wir haben hier den wöchentlichen WeWeb. Das heißt, wir haben hier den Punkt, wo am meisten Volumen bewegt wurde. Man sieht ganz schön, wie der Preis hier drüber tradet. Mein Take Profit war auf 9.912. Ich glaube, was sieht das? Okay, das sieht man gar nicht. Ja, das sieht man nicht, weil er eben nicht durchgegangen ist. Mein Take Profit war auf alle Fälle auf 9.912, glaube ich. Und, ja, ärgerlich hier an einem Trade war halt nur, dass ich den Take Profit knapp nicht getroffen habe. Ansonsten wäre das wirklich ein perfektes Kalb gewesen. Die Reaktion darauf war wie folgt. Der Markt geht auf 9.883 hoch. War das 62% Fib Retracement. Das heißt, genau hier hoch. Und danach kommen die Seller wieder in den Markt. Was hier auch interessant ist, wir haben genau den Pullback zum Weekly Free Web wieder. Und von dort aus haben wir jetzt auch wieder den Anstieg, der noch rumgegeht. Habe mir auch hier kurz überlegt heute, ob ich hier noch eine Long Position eröffnen sollte. In diesem Bereich hier. War mir dann zu unsicher. Einfach aus dem Grund, weil wir ja die letzten Tage und Wochen so viele Fakeouts gesehen haben. Ich war mir nicht sicher, ob die Range nicht wieder nach unten geht. Deswegen bin ich hier draus geblieben. Jetzt haben wir diesen Pump gesehen. Passiert. Ich habe das Risiko rausgenommen. Mein Stop-Loss Placement war wie folgt. Ich war hier Long. Swing Low war hier. Das heißt, es war wirklich ein ganz kleiner Trade. Mein Target war eigentlich hier, 1912. Leider nicht getroffen. Wäre ein 3R gewesen. Musste dann manuell schließen, als ich die Reaktion gesehen habe. Kam dann bei 1932 raus. Das heißt, knapp 2R. Was ganz gut ist für einen Sculpt. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Stop. Aus dem Grund hier drunter. Weil, wenn diese Range nach unten bricht, dann werde ich nicht in diesem Trade sein. Dann gehe ich davon aus, dass ich falsch liege. Ein alternativer Entry wäre hier gewesen. Das ist ja sozusagen dieser bekannte Price-Pattern, den ich die ganze Zeit trade. Wer mir auf Twitter folgt, wird das Preisverhalten schon kennen. Wir haben hier Support etabliert. Wir schließen einmal kurz drunter. Das heißt, die Lows werden aus dem Markt genommen. Wir kommen wieder drüber. Finden Support. Und dann kommt der Pump. Das war also das kurze Nachkommentar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas hilfreich findet oder nicht. Bei diesem Trade war es jetzt ein wenig schwierig, das ausführlich zu kommentieren. Da es jetzt nicht einer meiner besten Trades war, sondern nur ein Sculpt. Aber wir haben dennoch gesagt, dass wir oder dass ich den Account immer up to date halten will. Und dementsprechend werde ich euch auch solche Trades zeigen. Ja, das wollte ich heute noch kurz ansprechen. Generell wieder mal die Relevanz von den VWAPs. Vor allem von den Weekly VWAPs. Ich habe hier den Indikator von Flunky Moco. Ich kann euch den Link gerne reinstellen zur TradingView. Da könnt ihr die VWAPs für euch selber konfigurieren. Ich habe hier jetzt den Monats VWAP drin. Den drei Tages sollte ich eigentlich ausgestellt haben. Ja, und den wöchentlichen VWAP. Der wöchentliche ist hier die lila in der Linie. Da sieht man immer ganz schön, wie der Markt davon weggeht. Kommt zurück. Hier wurde am meisten Volumen akkumuliert. Nachdem wir wieder hoch. Hier sehen wir es ähnlich. Hier Monthly VWAP. Ich glaube, das ist sogar auch der Monats VWAP. Wir haben hier den 24. Wir haben hier, nee, das ist der wöchentliche. Wir gehen hier hoch. Kommen zurück. Genau in diesem Bereich wird er kumuliert. Und wir gehen wieder hoch. Hier VWAP. Kommen wir hier drüber. Gehen zurück. Kommen wieder hoch. Hier. Hier hat er dann langsam zum Beispiel nicht funktioniert. Kommen wir hier drüber. Wir akkumulieren hier nochmal diesen VWAP. Aber haben dann den Abverkauf. Ich mache jetzt gerade noch diesen hier raus. Testen dann den VWAP nochmal. Und haben dann den Abverkauf. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, warum die Farben so bescheuert sind. Machen wir den monatlichen Mal gelb kurz zur besseren Veranschaulichung. Gelb ist jetzt der Monats-VWAP. VWAP sieht man hier auch ganz interessant, wie die Reaktion hier war. Wie kommen wir hier rauf. Haben hier in diesem Bereich den Monthly-VWAP. Kaufen hier ab. Kommen hier wieder hoch. Resistance. Haben hier wieder dieses lange Hin und Her genau an diesem VWAP. Und dann schlussendlich den Abverkauf. Machen wir das hier kurz wieder raus. Das sind generell so Tools, die ich verwende und die ich jedem ans Herz legen zu verwenden. Generell auch EMAs. EMAs sind für Anfänger, ich glaube, das ziemlich wichtigste Tool, das ihr verwenden könnt. Ihr seht das zum Beispiel hier. 20er, 50er, 200er. Also wenn ihr nur mit EMA 20 tradet, dann habt ihr im Prinzip schon ein Edge, wenn ihr euch genau daran haltet. Und hier, Test, Test, darunter Test, Abverkauf, Test, Abverkauf. 12 Stunden genauso. 12 Stunden Chart. Bounce, 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 nicht mehr Bounce. Abverkauf, Retest, Abverkauf, Retest, Abverkauf. Und jetzt strugglen wir gerade noch damit und werden uns jetzt hier ansehen, was die nächsten Stunden passieren wird. Es sieht jetzt hier ziemlich gut aus, durch das, dass wir eben jetzt dieses Cam-Range aus dem Markt genommen haben. Wir haben hier einiges an Nachfrage in den Markt geschossen gehabt, beziehungsweise auch viele Shorts, die hier unten geschlossen haben. Haben jetzt diesen Drive nach oben gesehen. Haben jetzt hier die stärkste Resistance bei 9.900. 10.200 habe ich mir auch aufgeschrieben als starke Verkaufszone. Aus dem Grund, da wir diese Range hier haben, wir haben hier die 200er EMA am 4-Stunden-Chart. Wir haben am 12-Stunden-Chart die 50er EMA. Das heißt, hier werden die Verkäufer lauern. Wir können uns auch hier die FIPS anziehen, die FIPS Retracements. Wir haben hier oben das 62er Retracement. Der Monthly WeWeb blickt im Bereich 10.800. Das sind so meine Zonen, wo ich von dort aus verkaufen werde für einen Intraday Trade. Die Struktur generell übergeordnet sieht jetzt nicht so nach irgendeiner großen Entscheidung aus. Das ist momentan das Schwierige, da wir immer noch diese Range haben. Ich will auf alle Fälle einen Close über 10.200 sehen, um dann schlussendlich sagen zu können, wir können vielleicht auf neue Highs rennen oder wir haben diese Korrektur jetzt schon beendet. Momentan haben wir aber noch eine Struktur, wo wir Lower Highs haben, Lower Lows. Mittlerweile formen wir vielleicht das nächste Lower High. Wir wissen es noch nicht. Sollten wir ein Higher High formen, können wir wieder von Bullshit-Szenarien sprechen. Momentan ist es ein Rangemark. Das heißt, schnell rein, schnell raus. Alle anderen, die damit nicht vertraut sind, sollten am besten gar nichts machen. Da es eben hier jetzt nicht so viel zu trainen gibt. Und ja, letztes Stichwort. Heute ist der Monatsschluss. Das heißt, wir werden heute Doppel-Volatilität sehen. Wir haben das Fat-Meeting. Wir haben den Monthly Close. Wir haben den Monthly Close jetzt ziemlich sicher über diese Resistance. Es wäre sehr nice, wenn wir Richtung 12 Uhr UTC nochmal einen ordentlichen Schub an Käufern sehen würden, damit wir vielleicht diesen Close noch weiter nach oben drücken können. Dann könnten wir wirklich über weitere Bullshit-Szenarien im nächsten Monat sprechen. Die Bären haben jetzt noch knapp 8-10 Stunden Zeit, diesen Close für sich zu retten. Da müssten sie wirklich jetzt nochmal stark verkaufen und mindestens auf 8800 bis 940 kommen, um diesen Monthly Close unter diese Resistance zu bringen. Bis dato sieht man von den Bären nichts. Seit wir diesen Support erreicht haben, sind die Bären jetzt nicht mehr in den Markt gekommen. Jetzt ist es einfach nur abwarten. Wir können hier jetzt nicht so viel mehr machen. Es ist immer noch eine ziemliche Range. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir von hier an Adjustments hin wären. 10.200 wäre so ein First Touch, First Sell, wo man einfach eine schnelle Reaktion erwarten könnte in Form eines Wigs. Bis dato, bis wir diese Range nicht reclaimen, also diese 10.000er Range, habe ich kein Bullshit-Szenario zur Hand. Sollten wir sie reclaimen, wie immer. Ich warte auf den Support und dann gehe ich davon aus, dass wir zu den nächsten Highs rennen. Das wäre jetzt mal mein momentaner Status Quo. Ich weiß, es ist nicht so einfach, das momentan hier zu kommentieren, da es wie gesagt jetzt nicht wirklich ein Trend ist und eher eine Range. Wenn wir uns das hier ansehen, muss das große Ganze sehen, jetzt nicht nur den Teil hier, sondern ab hier bis hier ist einfach eher seitwärts als Trend, auch wenn wir hier diesen kleinen untergeordneten Downtrend haben mit Lower Highs und Lower Lows. Das ist momentan der Status des Marktes. Ich wollte euch kurz updaten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, euer Chris.